Applaus 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 Vorletztes Jahr kam ein neuer Film Applaus Pintens kino in Dänemark Ein Zeichentrickfilm Applaus Applaus Pintens kino Pintens kino Applaus Pintens kino Pintens kino Pintens kino aber die Historie ist gefährlich. Die hat die Highlights von Ballings 14 historier, und sie hat sie zusammen in eine Gründe, und das ist ausgültig. Es stinkt. Also es ist abscheulich, findet er, diesen Film. Die Zeichnungen sind gut gemacht, die Stimmen sind toll, aber die Geschichte ist einfach grauenhaft, abscheulich. Und da hat man einfach Highlights aus 14 Filmen genommen, in einen Topf geworfen und umgerührt. Das ist sehr schlimm. Jemen. 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 Vielen Dank.